Radio Hamburg sucht das Megatalent. Ihre Megachance zum Megastar. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, eine Bluesrockröhre kann ich da schon raushören. Von der Gesangstechnik her kann ich nicht abstreiten, dass du singen kannst. Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es jetzt der richtige Song war, aber auf jeden Fall kannst du singen. Das finde ich auch. Deine Stimme mag ich eigentlich ganz gerne. Ich fand das gut. Ich würde mir wünschen, dass er ein bisschen mehr lacht. Das ist immer, wenn du reinkommst. Ich weiß, dass es vielleicht die Aufregung geht. Ich wünsche mir aber trotzdem eine gewisse Ausstrahlung, ein bisschen Lächeln, dass man nicht eins haben muss. Aber generell fand ich deine Stimme eigentlich ganz ordentlich. Ich habe am Anfang die Augen zugemacht und als du gesungen hast, habe ich mir eine dunkelhäutige Frau vorgestellt in einem langen Kleid, die in einer verrauchten Bar singt. Wenn man dich dann ansieht, bist du eigentlich genau das Gegenteil. Es hat mir gut gefallen, aber von 100 Prozent hast du, glaube ich, nur 80 heute gebracht. Du wirst in den nächsten Tagen von uns hören. Okay. Ja, schönes Wochenende. Tschüss. Tschüss.